Xxie blinde Passagiere ein weißer Tunnel, ein heftiger Anblick einiger Knäuel fliegen durch die Luft. Swinu klammert sich fest an den abgeschalteten Roboter. Kurz darauf schaltet der Staubsauger ab und alle blinden Passagiere landen sanft auf dem Tunnelboden, der etwas federt, kurz vor einer weiteren Schleuse. Zeit sich zu sammeln Swinu nisch der Roba schüttelt sich. Irgendwas ist hier anders, boin boin boin. Er federt die Röhre auf und ab. Dann lädt er den Mächtig beiseite und trennt die Tunnel in den Wand hoch und runter. Tja, bei 0 Uhr 05 G ist einiges machbar. Ein grünes Licht blinkt an der Schleuse, keine 10 Sekunden später.